heute mal wieder hoffentlich ein bisschen reparatur und zwar soll es um das hier gehen ja was hier so schön vor sich hinspiegelt das ist eine küchenwaage des wunderschönen herstellers rosenstein und söhne also qualitätsware nicht was beiseite das hier ist wie man eventuell sehen kann von pearl elektronik versender aus deutschland der so ein bisschen den ruf hat zumindest bei den eigenen marken günstig in china zu kaufen und den eigenen namen drauf zu machen qualitativ weit von dem entfernt was man als markenware üblicherweise versteht aber hey das ist ja gewährleistung drauf von daher günstig und funktioniert meistens schön sind die dinger nicht man sieht ja schon ein paar von den nachteilen das ding glänzt wie sonst was und naja glänzen und küche ich weiß ja nicht aber ne paar mal anfassen fett spritzer dann ist das ding hier schön dreckig und auch der plastikrahmen ja außen rum ist schon ein paar stellen abgebrochen wobei ich aber dazu sagen muss das ding hat schon ein paar jährchen hinter sich ja wie gesagt offiziell läuft das ding als küchenwaage kann man natürlich auch für diverse andere sachen benutzen wo man kleinere sachen messen will hier steht jetzt leider nicht mal drauf ich glaube bis zweieinhalb kilo oder so kann das ding messen theoretisch das ding hier hat nämlich ein problem um das problem zu verstehen muss aber erst mal verstehen was das ding unterschiedlich hat ihr seht nämlich hinten eventuell schon kabel rausgehen das ding hatte ich mir nämlich damals umgebaut auf den hier hier geblieben ein standard 12 volt stecker so dass ich das ding dann entsprechend mit einem blei akku und einer solarzelle da grün betreiben konnte joa hat auch die ganze zeit ganz gut funktioniert aber aktuell sieht das hier so aus ihr seht display ist aus und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen strom und geben den hier drauf und naja ihr seht das ding startet jetzt gerade die ganze zeit neu und ich habe so meine jetzt hat das mal gerade geschafft aber ich habe so meine zweifel dass es irgendwie an meiner stromversorgung hier liegt eben ging er gar nicht an deswegen hatte ich ihn eigentlich hier rüber geholt aber gucken wir einfach mal ob man rausfinden wieso das ding nur so mäßig funktioniert ja prinzipiell wir haben das kabel dran das ist hier unten mit ein bisschen klebeband festgemacht das ist alles nicht ideal denn naja das kabel zieht natürlich ein bisschen nach oben oder drückt nach unten und das verfälscht natürlich ein bisschen die messwerte aber so schwer ist das kabel nicht und solange man es nicht bewegt kann man so ein bisschen raus kalibrieren das geht noch original lief das ding hier wie wir sehen mit sechs volt vier mal 1,5 volt haa zelle offensichtlich nicht mehr der fall im inneren versteckt sich nämlich jetzt das hier ja was wir haben das ist einmal das kabel was reingeht das ist hier noch mal mit so klebeband zeugs oder heißkleber ist es glaube ich in jedem fall festgemacht dass das ein bisschen zugentlastung hat hier drunter da sitzt der hier das ist ein 7806 müsste das sogar sein ja genau also ein linear regler auf 6 volt linear regler macht hier wahrscheinlich sinn ich glaube nicht dass der nennenswert was dann strom verbrauch und einen kleinen kondensator hier drüber um es zu stabilisieren der ausgang ist dann hier direkt an die beiden stellen hier dran gelötet und ja die lötstellen sehen eigentlich noch alle okay aus von daher habe ich eben auch mal dran gewackelt da ging trotzdem nichts an offensichtlich haben aber irgendwo ein wackelkontakt ansonsten hätte es halt die ganze zeit funktioniert und ich würde sagen wir machen jetzt zwei teile draus zum einen wir versuchen den fehler zu finden wobei ich jetzt inzwischen dann eher davon ausgehe dass er dann im kabel hier sein könnte und natürlich wir werfen mal einen blick ins innere mal gucken wie so eine waage von innen aussieht und ich würde sagen mit dem blick ins inneren fangen wir auch direkt mal an einfach weil es gerade so schön hier liegt also packen wir mal die schrauben die schrauben raus was gar nicht so einfach ist weil zum einen das sind halt servtapper das heißt also sie gehen in plastik und ich weiß nicht ob man sieht sie sind ziemlich verrostet ja das ding soll ja wie gesagt für küche sein ich weiß jetzt nicht ob das so eine gute idee ist das mit so einem plastikhäuse zu machen wo von oben das wasser beim rand rein laufen kann ich meine wenn wir hier von der seite gucken hier ist genügend lücke dass da sich flüssigkeiten durchdrücken können ja das ist natürlich nicht gut für das innenleben wobei ich ehrlich gesagt auch davon ausgehe dass wir nicht ganz so viel innenleben haben wir werden wahrscheinlich einfach nur ein kleines bord haben da wo das display ist also hier unten wo das display drauf ist ein blob drauf ist und dann hier in den füßen jeweils ein entsprechendes messgerät das sind die sogenannten wie gezellen heißen die glaube ich und ja viel mehr erwarte ich da drin eigentlich nicht das heißt wenn das an der seite irgendwo reinläuft mit etwas pech erwischt es die wiegezellen aber die elektronik sollte es eigentlich nicht lahmlegen können von daher holen wir mal alles heraus gucken wir mal was finden und ob das mit der erwartung übereinstimmt okay ich würde sagen ist in etwa das was wir schon vermutet haben ist ein bisschen größer ehrlich gesagt dass das was ich vermutet habe haben hier unser display darunter ein bord wo wahrscheinlich der chip auf der anderen seite sie sehen nicht viele traces und wie erwartet hier an der seite die also die wiegezellen ich war gerade überlegen was das hier ist das ist unser touch button das ist einfach metall was hier anscheinend so in u form um den plastikrahmen hier gemacht ist und sitzt dann unter dem glas und ihr fällt schon wieder nächste zeug von dem plastik auseinander also ja gut qualitativ reden wir besser nicht drüber was man auch schön sehen kann hier an den füßen hat sich so der ein oder andere krümmel nach innen verirrt das ist natürlich auch nicht gut denn wo krümmel reinkommen kann auch irgendwie anderes zeug reinkommen und ich weiß nicht ob man jetzt irgendwie schimmelnde krümmel oder kriechtiere in seiner küchenwaage haben will von daher wäre es wahrscheinlich sinnvoller wenn das ganze komplett versiegelt wäre aber hey ja wie gesagt der preis ist hier das ausschlaggebende ich würde sagen wir holen dann noch mal das ding hier raus dass wir uns das board auch noch anschauen können drei schrauben die das ganze halten und natürlich extra klein so dass da kein schraubendreher sinnvoll passt und wie sieht es darunter aus überschaubar haben zwei punkte die das ganze unten halten und überraschung zwei blobs sogar ich sag ja mehr als erwartet aber prinzipiell genau das was ich eben auch gesagt hatte und werfen wir gerade noch eine kleine runde bord kunde dazwischen einfach weil ich hier ein schönes foto gerade gemacht habe wie wir sehen dass hauptsächlich sind hier diese chip on board dinger also hier drunter sitzt im prinzip der nackte silizium chip der dann mit kleinen drähten auf dem board oder mit dem traces hier vom board festgeschweißt ist am ende macht man hier so ein blob an epoxid drüber dass der chip da intern geschützt ist das spart dann natürlich ein komplettes gehäuse drum zu bauen wie das hier bei den anderen bauteilen so ist ja ansonsten was wir sehen können ist hier oben dieser bereich dass die kontaktflächen die dann richtung display gehen wir sehen die gehen alle hier in diesen großen chip das heißt wir können sehr stark davon ausgehen dass das hier ein dedizierter mikrocontroller ist speziell für so wagen könnte auch ein allgemeiner mikrocontroller mit lc treiber sein aber ganz ehrlich die dinger werden in solchen massen produziert da gehe ich eher von dem basic also einem application specific integrated circuit aus der einfach genau für diesen anwendungsfall gebaut wurde ansonsten sehen wir nicht viel jede menge kondensatoren außenrum ein paar widerstände wir haben einen hier oben das ist ein transistor ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt was das hier ist was hinten dran hängt aber ich gehe sehr stark davon aus dass die hintergrund beleuchtung ist einfach weil die ein bisschen mehr saft braucht der mir unten die ganzen pins von den wiegezellen die sind auch alle direkt hier rein gekoppelt was mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen wundert weil dann weiß ich nicht was der große chip hier noch macht da ist nämlich im prinzip ja nicht mehr viel dran wenn wir gucken der hat nicht viele verbindungen zu anderen teilen was aber noch interessant ist das ist der hier 71 33 minus 1 das ist ein 3,3 volt linear regler low dropout low power 30 milliampere und auch im standby zieht das ding nur so zweieinhalb bis fünf mikroampere was mich aber hier gerade so ein bisschen am datenblatt freudig gestimmt hat ist die eingangsspannung die wir hier wahrscheinlich dann auf dem mittleren pin haben ich gehe mal davon aus dass das hier hier dürfte dann unsere batterie dran hängen die kann bis 18 volt sein was natürlich interessant ist weil das heißt im prinzip den 6 volt linear regler den ich davor geklemmt habe naja wenn wir davon ausgehen dass das wirklich nur hier drauf geht direkt dann brauche ich den eigentlich nicht mehr könnte den ausbauen und könnte den sogar komplett weglassen ich lasse jetzt erst mal drin einfach weil alles festgelötet ist und wieso jetzt noch anfassen solange es funktioniert ist das für mich so okay im zweifelsfall gucke ich mir das noch mal später an und unter dem bord da haben wir dann das display selber ach nee sorry erst mal hier so ein glas oder plastik ist es als light spreader mit led an der seite sind erst mehrere da ist ein kleines bord drin nein es ist lediglich eine kleine smd led die dahinter sitzt auch wieder mit diesem punkt muster auf dem glas dass sich das verteilt und darunter haben wir das eigentliche display lc display mit zebrastreifen der dann die kontakte herstellt okay nicht viel drin aber wie gesagt haben auch nichts erwartet und an der seite das sind wie gesagt diese zellen gucken ob man die hier irgendwie aufbekommt sieht nach eher nein aus können sie ausklippen naja kommen von der rückseite zumindest hinschauen ist es im prinzip einfach nur metall was geformt ist und hier in der mitte da sitzt dann irgendeine art von dehnungsstreifen drauf der misst dann wie das ding verformt wird und durch den druck von den füßen oder der druck der das gehäuse dann ausübt auf die füße verformt dann hier diese metall konstruktion in der mitte und dadurch gibt es eine rückmeldung und wenn wir das dann entsprechend an allen ecken und kanten haben an allen vier von diesen füßen dann haben wir auch dann etwas womit wir rechnen können und daraus kann man dann ermitteln wie schwer das ding ist nun haben wir viel gesehen aber nichts was uns irgendwie erklärt warum das nicht funktioniert also ja ich habe die dumpfe befürchtung ich messe einfach mal das kabel durch und werde dann wahrscheinlich was finden ich gucke mal ob ich noch ein messgerät habe dann können wir uns nochmal den stromverbrauch hier noch gerade anschauen jetzt wenn wir es offen haben denn ich gehe davon aus der wird eher gering sein also stellen wir unser messgerät mal hier oder unser netzteil auf 6 volt das klingt irgendwie nach der richtigen ecke wir sehen hier eine gramm angabe okay ich sehe eine gramm angabe diesem gespiegel nicht so dolle da sieht man es also aktuell läuft da und was sagen unsere messwerte wir haben etwa 29 milliampere die da gezogen werden jetzt ist die lampe aus die hintergrund beleuchtung jetzt immer noch bei 11 milliampere jetzt warten wir noch einen kleinen moment bis dass er komplett instant bei geht so jetzt ist das display aus ich sehe nichts mehr und ui ui fast 10 milliampere das ist natürlich ein unerwartet hoher wert und sorgt dann natürlich auch für extrem kurze akku haltbarkeit oder batterie haltbarkeit wenn man das ding halt einfach nur auslässt oder naja ich denke der ein oder andere wird schon schreien falls ihr das noch nicht tut habt ihr jetzt die möglichkeit nochmal zurück zu spulen und zu gucken was ich falsch gemacht habe denn das hier ist wieder ein klarer fall von wer misst 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 denn ich hatte jetzt ja einfach die spannungsversorgung an die beiden batterieterminals dran geklemmt naja der linear regler der 7806 der war ja auch noch da und auch wenn der pin halt v out also ausgang heißt naja nichts ist ein idealer ausgang wenn man das ding halt rückwärts beschickt da fließt auch noch ein bisschen strom also nochmal durchgemessen wenn wir dann nicht diesen linear regler da haben da haben wir dann im eingeschalteten zustand mit der leuchtdiode 21 oder 22 milliampere wenn die leuchtdiode aus ist also keine hintergrundbeleuchtung haben wir noch etwa zweieinhalb milliampere und wenn die waage in air quotes komplett aus ist also nur noch mit dem touch bedienbar ist dann haben wir jetzt nur noch 30 bis 35 mikroampere deutlich besser und auch deutlich realistischer da sind wir schon eher so in der hausnummer die ich erwartet habe ist immer noch ein bisschen hoch aber ist akzeptabel gut wir können mal messen was wiegt ihr handy keine ahnung 240 gramm das sieht alles noch halbwegs sinnvoll aus ist jetzt natürlich sehr weit draußen weil hier überall die kabel hängen aber ja abgesehen von spiegelung matsch funktioniert es halt so viel zu reparieren gut ich messe mal wie gesagt das kabel noch durch vielleicht haben wir da ja irgendwie glück dass wir einen fehler finden weil im moment weiß ich nicht wieso es eben nicht funktioniert hat aber das ist ja irgendwie immer so sobald ein techniker in der nähe ist funktionieren die dinger wieder und man findet den fehler nicht also gehen wir mal auf die suche ob man hier etwas finden durchgangsprüfer bisschen gegenhauen funktioniert und ich habe gesagt ich möchte das kabel mal durchmessen ob da ein problem ist sicher ist sicher nicht dass wir da irgendwie in kurzschluss oder also kurzschluss nicht in wackelkontakt haben das geht minus müssen direkt durchgehen tut es batteriewarnung ja 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 überall wackeln das sieht gut aus der geht auf jeden fall durch und plus geht so geht denn plus dran der müsste hier dran gehen ich habe noch nicht richtig festgehalten oder ob wir irgendwo ein problem haben ich würde fast sagen es ist einfach nur die kappe hier vorne im stecker was ist denn im stecker hier drin ist mal schauen das ist normalerweise vorne eine sicherung sicherung und ne feder kriegen wir das noch weiter auseinander mal rein zu gucken nicht dass da irgendwas im inneren keine ahnung feuchtigkeit oder so hier hinten wie ist das denn gemacht hier hinten ist ein kreis drum ah das ist ein gummiring ok i see i see i see ein gummiring das ist eine konstruktion die habe ich noch nicht gesehen zack jetzt können wir es aufklappen theoretisch nacka so da sind wir im inneren ich sehe jetzt zwar ein bisschen rost aber nichts was hier uns stören dürfte und wir haben am ende dann hier die feder die macht kontakt zu dem metall in der mitte hier dazwischen sitzt die sicherung und vorne drauf ist dann noch mal diese kappe um das zu machen aber da ist nichts an flächen die irgendwie so aussehen als ob sie das problem auslösen würden ich werde trotzdem hier noch mal drüber gehen bisschen belag ist da nicht dass da zwar kein rost aber anderer belag ist der das problem ist ich meine im zweifelsfall gibt es eine relativ einfache methode wir fluten das ding mit alkohol das hilft schließlich immer und haben wir sonst noch irgendwas an kontakt stellen eigentlich nicht der rest ist gelötet also da glaube ich nicht dass das problem da ist eine gebrochene lötstelle bei einem ding was ich eigentlich nicht bewegen sollte glaube ich weniger gut wie war das zusammen versuchen wir das noch mal moment das der falsche das hier ist die seite die für uns relevant ist da rein den außen zug entlastung dann wieder den hier drauf der hält das hinten zusammen vorne wird zusammengehalten von diesem schraub ding was man abmacht um an die sicherung zu kommen die können uns natürlich auch noch mal angucken aber eine kaputte sicherung würde ja kein durchgang mehr machen das sieht gut aus flink zwei ampere bisschen overkill für das ding hier bisschen mit dem restalkohol und dem plastik hier abschmirgeln nur für den fall dass sich da irgendwas drauf abgesetzt hat aber wie gesagt ich sehe da nichts alles ein bisschen unbefriedigend hier ein funktionierendes gerät zu haben und man weiß nicht wieso es funktioniert das ist nervig dann bauen wir das ding mal wieder komplett zusammen auch mit der spitze hier und ja ich hoffe einfach mal dass es das war weil sonst wie gesagt nichts gefunden und wieso ist der so kurz da fehlt irgendwie unser pinöppel vorne so wie gesagt sonst nichts gefunden warum der da eben gestreikt hat und eigentlich möchte ich gerne noch weiter benutzen weil hey für werkstatt und so ist das definitiv ausreichend nur gut mal wieder alles zusammen und schauen ob es dann immer noch läuft ok wo ist die stromversorgung hin die lag hier irgendwo nehmen wir die nicht sechs volt 12 volt wieder und was mein da funktioniert es überraschung ja also ich hoffe man kann man kann es natürlich mal wieder nicht sehen aber da ist die lampe an und er sagt etwas jetzt von minus 19 gramm gut und im übrigen ich hatte ja schon gesagt das ist ein linear regler also entsprechend jetzt hier auch der stromverbrauch natürlich derselbe wie wir eben gemessen haben nur damit 12 volt ok ja wie gesagt fehler nicht gefunden aber funktioniert wieder unbefriedigend aber hey ich stelle es dann jetzt einfach mal zurück und hoffe dass das ding dann weiterhin jetzt auch wieso auch immer das tut was es soll ist ja ja